Hallo zusammen, ich hier ist wieder heute und heute bin ich wieder für euch in Battle for Asset unterwegs. Und zwar will ich heute wieder ein bisschen meinen Vulpera weiterleveln. Mittlerweile ist der Stufe 75 und ich habe mir überlegt, komm wir machen wieder ein bisschen Dungeons, diesmal aber tatsächlich Red of the Lich King Innies und bis wir den Proc kriegen, mache ich hier jetzt noch ein bisschen die Quests weiter. Ich habe jetzt schon ein paar erledigt, nebenbei ein bisschen gefuttert, das dachte ich mir manchmal nicht unbedingt in der Aufnahme. Ich habe es nicht so drauf, ich habe es wieder geschafft mich anzukleckern, von dem her muss nicht unbedingt gezeigt werden. Ich habe einige Quests tatsächlich schon erledigt, also wir kriegen nachts noch mal ein bisschen EP, bloß hier bei der Horde sind es ein bisschen andere als bei der Allianz, also hundertprozentig weiß ich auch nicht, bei allen was ich tun muss, weil ich anscheinend mehr Allianz als Horde-Level. Jetzt gucken wir mal wie lange der Proc dauert. Anscheinend nicht instant, ne, also ein bisschen leveln wären wir hier, aber wie gesagt 75 sind wir schon. Also ich denke mal, die Höllenhalbinsel, selbst wenn wir jetzt keinen Proc kriegen würden, müsste auf jeden Fall ausgehen, dass wir Level 80 wären und dann geht es hier quasi eh weiter nach Cutter, beziehungsweise, ja, Dings kann man auch machen im OP. Ich bin jetzt sogar fast im Belegen, ob ich mal ein bisschen Jade-Wald leveln soll, weil der eigentlich auch recht gut von der Quest-Dichte ist. Muss ich ja immer am besten gucken, dass man ein Gebiet, wenn man es denn questet, schaut, wo relativ viele Quests immer beieinander sind. Ah, perfekt, wir haben Nicht-Ausmerzen von Stratholmen gekriegt, das freut mich schon mal, weil wenn ich die Indi kriegen würde, würde ich liefen, weil das dauert einfach zu lang, hatte ich vorhin schon mal erwähnt gehabt. Das ist, das ist so ein Loch ohne Boden quasi, da bist du immer ewig drin. Oh, ah, perfekt, sind daneben gesprungen, wunderbar. Schauen wir mal, ob es alle hinkriegen. Komm, pullen wir hier schon mal, oder? Ist der Heiler da? Nicht, egal. Einfach rein. Der Rogue macht da oben noch ein bisschen Faxen. Mal gucken. Bretonier, grüß dich. Wo war er? Irgendwie kriege ich jetzt nicht so ganz krasse Heilungen. Die Mobs gehen ja gar nicht runter. Also, wir, mit der Gruppe haben wir nicht so geilen Schaden, tatsächlich. Ich bin im Überlegen, ob ich hier überhaupt ein Mass-Pull machen will. Ich pull den Boss jetzt mal nicht dazu. Also, es scheint, ob wir halt echt richtig, richtig Low-Damage haben. Und normalerweise pulle ich halt die und den Boss und alles zusammen. Aber, okay, ich bin aber auch Erster im Schaden gerade, ne? Hm, sollte jetzt eigentlich nicht unbedingt sein. Der Hunter ist ja wirklich unterirdisch. Und der Rogue ist irgendwie auch nicht so geil. Dann fahren wir mal lieber nichts drüber. Ja. Oh, weia. Der Hunter und der Rogue zusammen machen so viel Schaden wie der Worry oder ich. Hm. Wird vielleicht ein längerer Run werden. Mal schauen. Vielleicht packt er sein Pad noch aus oder so. Obwohl, hier, da stehen sie beide. Aber vielleicht punktet er jetzt Single-Tage, technisch. Aber springen kann er schon mal, hier. Weil wir wissen alle, wenn du Moves machst du mehr Schaden. Was macht der Typ? Macht der einen Marathon? Seht ihr das? Läuft die ganze Zeit hin und her. Also, klar kann er machen als Hunter. Du verlierst dadurch nichts, aber du gewinnst dadurch halt auch nichts. Du kannst einfach stehen bleiben und drauf nuken. Und anscheinend leidet sein Gemove, leidet da sein Schaden drunter. Hier, wie so ein Hyperaktiver. Der rennt die ganze Zeit rum. Keine Ahnung. Lustiger Typ. Ich hatte sowas auch mal in Mythic Plus, nur solche Leute, die die ganze Zeit rumrennen. Aber bei Erfixen, wo du es eher nicht willst. Kennst du dieses Beben-Zeug? Trainiert für Mythic Plus, ja, ja. Aber du willst es in Mn Plus, willst du es teilweise auch nicht haben. Also, naja, okay. Bei mir ist es ja Latte, ob die Leute rumhüpfen oder nicht. Solange sie ihren Damage machen. Ob ich irgendeinen T3 habe? Ne, ich habe keinen T3. Vielleicht werde ich mir das irgendwann, wenn ich mal alles andere habe, aus dem Black Market holen. Aber im Moment stehen bei mir tatsächlich andere Sachen auf dem Plan. Ich will mir ja noch das Magic Rooster Egg holen. Das fehlt ja mir unter anderem noch. Aber ja, müssen wir gleich mal hier Def-CD ziehen. Das ist so das Nächste, was ich mir holen möchte. Und, ja. Tja, nächsten Def-CD. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn wir halt so einen Low-Schaden haben, sind wir halt immer ewig im Kampf. Und kriegen halt die... Und ich muss da halt schon CDs ziehen, ne? Normalerweise sind so Mobs innerhalb von 5 bis 10 Sekunden down. Glaubt ihr, wie ich ummoggen kann? Ich kann es mir merken und nach der Instanz ummoggen. Ich weiß, ich habe den nicht gemoggt. Der hat irgendeinen Scheiß an. Und das sieht grottig aus. Das passt halt nicht wirklich zusammen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, was ich bei einem Vulpera großartig mocken soll. Wenn ich da jetzt so ein böses DK-Mogg draufknalle, sieht es halt auch ein bisschen lächerlich aus, oder? Bei so einem kleinen Vulpera. Weiß jetzt nicht. Aber schlagt mir was vor, was ich mocken soll. Warte mal, wir können mal gucken, was ich für Sets habe. Aber ich glaube, beim DK gar keine. Ich könnte das mocken. Das Ding-Set habe ich hier. Oder das sieht eigentlich ganz süß aus, muss ich sagen, bei dem Vulpera. Also es ist jetzt auch nichts Tolles, aber... Oh, ich habe eine Idee, was ich machen kann. Wenn ich das hier gerade sehe. Warte mal, ziehen wir den noch rein. Ich habe gerade eine Idee, wenn du das nicht ertragen kannst, dann kann ich ein Toy... Oh fuck, jetzt bin ich hier CC'd. Äh, ich werde den einen jetzt nicht spotten. Absichtlich, weil ich sterbe da sonst durch. Ah, wohl, komm, nehmen wir ihn mit. Ich habe jetzt halt nichts mehr. Ich kann da den Ship nochmal ziehen. Ich hätte den Pull auch nicht machen sollen, ganz ehrlich. Äh, normalerweise kriegst du die halt schnell genug down, aber wir machen hier so lang rum an den Mobs hier. Das ist echt krass. Alter, also ich... Vielleicht schätze ich es jetzt auch gerade falsch an, aber irgendwie ist der Schaden unterirdisch und die Heilung ist irgendwie auch unterirdisch. Ja, jetzt rec erstmal hier. Alter, der hat bestimmt auch kein... Der hat bestimmt auch nichts zum Recken dabei, oder? Ach, zieht mich halt... Ah, jetzt setzt er sich hin, okay. Ich warte lieber, ganz ehrlich, sonst geht es mit dem Typen nur in die Hose. Ähm, dabei können wir ja hier, was mir gerade einfällt... Das sieht dann alles irgendwie ein bisschen komisch aus, ne? Ach, was, dann misst das hier nicht das Kostüm dabei, oder ne? Ah, so heißt das. Das hier können wir einsetzen. Äh, lol, verwandelt mich das nicht? Ach, ne, das ist das Falsche. Ähm, na, fuck. Okay, wie heißt denn das? War das nicht bei... Vielleicht... Vielleicht... Ich suche dieses Murloc-Kostüm-Ding. Das könnte bei dem Volpera ganz okay aussehen. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es heißt. Ah, keine Ahnung. Ne, nicht das. Ich hab da so'n... So'n... Ah, warte mal. Ach, ne, das ist nicht bei... Obwohl, es könnte bei... Ah, ich hab Promotion ausgeschalten. Deswegen finde ich's nicht. Es ist ein Promotion-Teil. Hier, Murloc-Kostüm. Das hab ich gesucht. Lol, okay, ich hab erstmal ne Heldentat gekriegt. Okay. Das hier meinte ich. Von der Größe passt es nämlich zum Volpera. Seht ihr jetzt für mich so ein Murloc? Hält ne Stunde. Ist das besser? Ach shit, ich soll hier die Tafel immer mitnehmen, ne? Nein, wenn ich gehittet werde, ist es weg? Ernsthaft? Blizzard, was ist mit dir? Okay. Das hat sich ja mal null gelohnt, das zu kaufen. Das hat nämlich einiges an Asche gekostet, das Ding. Okay. Ist einfach weg, wenn du gehittet wirst. Das ist bitter. Und die klauen mir hier die ganzen Tafeln? Ja, das enttäuscht mich jetzt grad schon extrem, muss ich sagen. Ich dachte, ich bin jetzt so ein cooler Murloc, ne? Und dann, zack. Na, das ist... Also das ist mehr als enttäuschend. Warte. Dann machen wir jetzt so einen Ogre, der geht wenigstens im Combat. Das war jetzt richtig enttäuschend hier grad. Klauen mir hier alle Tafeln. Wie viel habe ich denn bis jetzt? Fast keine, ne? Zwei Tafeln habe ich. Als Tengu ist immer kacke, weil die muss sich halt hauen. Ich kann dir jetzt auch die Transmog-Sets zeigen. Aber ich hab... In DK habe ich so gut wie nix. Seht ihr das? Warte mal, welche habe ich denn vollständig? Das hier habe ich vollständig. Obwohl, das sieht gar nicht so schlecht aus, tatsächlich. An dem Vulpera. Okay, das sieht absolut kacke aus. Ähm... Das geht so... An so einem kleinen Charakter sieht halt alles ein bisschen komisch aus, ne? Ähm... Was haben wir noch? Das sieht ein bisschen... Bisschen affig aus. Das sieht kacke aus. Dann haben wir den komischen Anzug hier. Den könnte ich tatsächlich machen. Und das reisenden Ding sieht halt auch komisch aus. Das war's eigentlich, ne? Ich spiele DK halt nicht Main und hab da halt auch keine Transmog-Sets. Dementsprechend für... Also keine vollständigen. In das Kuschel-Dings. Du meinst das hier? Ja, das ist von der Blizzcon. Das kann ich nehmen, ja. Dann noch ne Waffe. Dann muss ich mir irgendeine richtig blöde Waffe raussuchen für. Ah, schau mal. Haben wir hier noch einen Transmog gekriegt? Moment, sind wir ja ein Ogre hier. Boah, jetzt staub ich hier richtig Tafeln ab. Ich sag's euch. Ja, ja. Wir sind gerade dabei hier zu überlegen, was für ein Transmog Sinn machen sollte. Und, ähm... Das Ding ist für ein Volpera sieht das eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Also natürlich ist das halt irgend so ein Fun-Ding, ne? Aber das können wir theoretisch machen. Also hätte ich jetzt mal gesagt, ist okay. Oder? Nehmen wir das einfach. Oh, gesilenced sind wir. Ich brauche jetzt noch eine Tafel. Die andere Quest ist fertig. Das sieht doch gut aus. Da oben liegen aber immer relativ viele Tafeln rum. Also das sollte jetzt eigentlich nicht das Problem sein, dass wir die noch kriegen. Normalerweise würde ich die jetzt da dazu pullen. Aber, da wir ja hier gruppentechnisch nicht so gut aufgestellt sind. Okay, der Hunter pullst du dazu. Dachte ich mir, ich pulse mal nicht, weil die silenzen alle. Und dann kann der Heiler nicht heilen. Machen wir selber hochziehen. Ich hätte ganz gerne mal eine CDs für den Endboss. Jetzt sind wir halt weggesilenced. Wir haben halt so einen dreckigen Damage dabei. Unglaublich. Alter, das ist halt ein Kampf. Seht ihr das? Da tut sich aber auch gar nichts. Weiß nicht, was der Heiler da überhaupt macht. Warte mal, der hat... Der heilt sich die ganze Zeit selber mit der Kettenheilung und steht hier alleine rum. Genau. Der hat so richtig drauf, der Typ. Das T in Tela steht für Twitch. Okay, interessant. Wusste ich nicht, dass es dafür steht. Was machen denn die da? Hallo, wollt ihr mir mal helfen? Na ja, gut. Na, hier, lass dir Zeit. Ich bin halt gerade am Rippen. Baut hier erstmal die Sachen nur ab. Der andere Typ auch. Juckt mich nicht. Also diese Gruppe, ganz ehrlich, mit dieser Queue ich nicht noch eine Dungeon. Alter, wir haben einen Mob. Ich verreck hier, weil halt nix runter geht. Hey, grüß dich. Ja, du, kein Problem. Da hinten ist noch eine Tafel, oder? Bro, wenn du da jetzt hinter gehst... Was ist mit dir? Ja, Junge. Na, kämpf nicht mit. Ist in Ordnung, dass du alle Tafeln wegnimmst. So ein Spaß, echt. Das ist echt ein Spacken. Das ist echt so ein richtiger Spacken. Kämpft halt hier komplett nicht mit. Ohne Scheiß. Soll ich, grüß dich. Der fährt halt so die ganze Zeit schon unterirdischen Schaden, ne? Jetzt hat er noch alle Tafeln weggeklaut. Den Typ muss ich erstmal auf Ignore packen, dass ich nicht nochmal mit dem in den Stunts reinkomme. So. Erstmal holen wir uns jetzt hier die Tafel noch und dann tun wir den Spieler ignorieren. Okay. Weil wenn du jemanden auf Ignore setzt, kommst du halt nicht mehr in die Inni mit dem rein. Mein Gott. Ja. Ein Ehrenmann wahrscheinlich. Gibt's so Leute echt? Da muss der Kopf langen. Oh, ich hab's sogar was mit zwei Sockeln gehabt, ne? Aber der EP-Sockel geht leider noch nicht rein. So, okay. Haben wir alle Quests abgegeben? Sieht gut aus. Ah, schon mal, da hätten wir noch was. Ja, hier gehen wir auf jeden Fall raus. Mit denen mach ich nicht noch ne Instanz. Hm, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaub, das ist nur Char bezogen. Also ich hab jetzt nix gegen den so per se, aber ich möchte einfach nicht mehr mit so jemanden in den Stunts rein. Weil der hat erstmal unterirdischen Schaden gefahren und dann die ganze Zeit nicht mitgespielt. Da muss ich nicht unbedingt nochmal ne Instanz mit dem rein. Deswegen, wenn mir jemand auf den Sack geht, dann mach ich's nicht so, dass ich den anschreibe und beleidige oder so. Ich packe ihn einfach auf Ignore, dann komm ich nicht mehr mit dem in den Stunts rein. Fertig, ne? Ist die Sache für mich gegessen in dem Fall. Ja, ja, Transmong, richtig, du sagst es. Dann, ne, wo haben wir denn hier? Was brauchen wir? Brauchen wir das Jack, oder? Jack. Schack, schadack. So. Was wolltet ihr für ein Z das hier, oder? Leute, da sind keine... Ach, die Schultern muss ich wegtransmoggen? Ich kann die Schultern nicht wegtrans... Warum kann ich die Schultern nicht wegtransmoggen? Ach doch, hier. Also soll ich das transmoggen? Shit, jetzt werde ich hier angegriffen. Warte, klicken wir das mal weg. Achso, der Umhang, den muss ich auch am besten wegmachen. Wie lange ich circa noch streame? Na ja, also bis zwölf, denke ich mal, auf jeden Fall noch. Dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Dass die mal alle weglaufen müssen. Döde Viecher, echt. So, warte mal, wir wollten jetzt hier noch, äh... Das Dingtransmoggen. Nehmen wir den Umhang auch noch weg, oder? So, und bei der Waffe müssen wir uns halt was überlegen. Das können wir jetzt gleich im Dungeon uns angucken, oder? Warte mal, jetzt ist der Umhang wieder nicht weg. Das können wir uns ja gleich angucken im... Äh, im Dings drin. Aber ich habe jetzt angenommen. Hier irgendwas Cooles gibt. Oh, weia, ist das... Mit Enchant. Achso, hier, volles Problem. Ist das die Inni, wo ihr meintet, Hallen der Steine? Äh, ja, das ist der Laden, der ein bisschen länger dauert. Schattenkram. Was, Schattenkram auf das Ding hier? Meintet ihr, das passt? Soll ich mal gucken, oder? Was mehr... Ähm, Vorlagen. Gegenstände. Also ich muss ja, wenn dann eine Zweihandwaffe... Oder ich habe ja eine Zweihand... Also ich kann wahrscheinlich eine Zweihandschwert drauf transmoggen. Ich habe... Schau mal, viele Zweihandschwerte habe ich nicht. Aber ich glaube, ich kann auch nur das transmoggen, was vom Level geht, ne? Hier. Ja, seht mal. Das andere geht vom Level nicht. So ist das. Also ich habe schon ein paar... Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Großschwert aus... Christi-Tippen-Gladiators. Gibt es da sogar ein paar coole Schwerte. Irgendwie sowas, ne? Aber die kann ich alle noch nicht transmoggen. Weil die zu hoch sind. Also von den Schwertern, die ich transmogge... Ich glaube, Äxte müsste ich auch... Hier, Schattenkram. Das könnte ich... Könnte ich transmoggen. Das würde sogar gehen, tatsächlich. Sieht doch cool aus. Was haben wir da noch so? Ui. Oh, nicht schlecht. Ah, die ganzen coolen Sachen, die gehen halt nicht, ne? Die sind halt alle höher. Was haben wir dann noch? Ähm... Gut, Legendary wird auch nicht gehen. Vielleicht Streitkolben. Ja, jetzt wird es halt hier kritisch. Müssen wir mal kurz gucken, dass wir nicht sterben. Oder so ein... So ein Kolben, ne? Ich weiß nicht, ob wir eher was Schlichtes machen. Oh shit, ich sterb hier. Also du meinst, Schattenkram wäre eine gute Wahl. So ein Kolben wäre halt auch was. Oder so ein ganz glänziger. Da haben wir ja einige. Kolben habe ich nämlich tatsächlich ein paar mehr. Ich könnte hier auch Sulfurors jetzt drauf transmoggen. Ähm... DK zu mainen. Nö, ich bin ehrlich gesagt mit meinem Druid recht zufrieden. Ich spiele jetzt DK... Oh fuck, wir haben da hinten noch... Ich spiele jetzt DK beim Leveln tatsächlich nur, weil es halt schneller geht, ne? Man muss halt weniger Level leveln. Ding wäre halt auch nicht so verkehrt, ne? Hier. Sulfurors. So im Pyjama und dann so eine riesen Leuchtenwaffe. Okay, dann nehmen wir das. Dann erinnert mich daran, dann tun wir nach der... BG hätte ich jetzt fast gesagt, nach der Inni... Äh, Dings machen. Dann tun wir da einfach einmal, ne? Hier, Dingsen. Transmoggen. Ah, da gibt's schon ganz coole Sachen. Was? Achso, ja, ja, da hat er sich gerade nochmal berichtigt. Gerade noch. Muss ich hier irgendwas looten für die Quests? Ich meine nicht, ne? Ich muss das jetzt hier mal... Ähm... Ich muss da mal kurz was umstellen, dass das so ein bisschen rausgedingst wird. Warte mal, da muss ich... Wo war denn das? Interface. Ähm... Aktionsleisten. Schau, dann wird das nämlich so ein bisschen rausgehoben. Und wenn ich nämlich dann hier drüber fahre, dann... Obwohl, eigentlich bräuchte ich bloß eine Leiste, ne? Ich müsste es gar nicht so weit rausheben. Warte mal, machen wir... Machen wir das mal wieder rückgängig. Was denn Interface? Pullen wir hier schon mal rein, derweil. Die zweite muss ich gar nicht... So. Kranker Fetisch, okay. Du, durchficken kann man natürlich auch, ne? Aber... Das sind immer so die kleinen Verschreiber. Ich glaube, das wolltest du nicht unbedingt hier schreiben. Ich sag dir aus persönlicher Erfahrung, irgendwann wird es anstrengend, ne? Egal, wie schön die Sache ist, wenn du sie zu lang machst, wird es anstrengend. Und anstrengen wollen wir uns ja nicht, oder? Oh, schau mal, da ist einer Level ab. Was sieht schon... Also, zu dem Volpera, muss ich sagen, passt dieses komische Kostüm. Zumindest so einigermaßen. Ich hab hier hinten noch Chips stehen. Ich bin am überlegen, ob ich die futter. Aber ich glaub, das wird jetzt nicht so ganz gut kommen, weil das Mikrofon schon ein bisschen empfindlich ist, ne? Ich glaub, das mach ich dann mal nicht, wenn ich aufnehm, beziehungsweise sehr am Streaming bin. Weil ich will ja nicht, dass euch die Ohren abfallen. Das Zähler kennt sich auf dem Gebiet aus. Man munkelt, ja? Man munkelt. Ich hab da in dem Buch drüber gelesen, weißt du? Hust, hust. Kann ich... Was? Bist ihr jetzt so ASMR-mäßig? Nee, also ich glaub, den meisten wird es auf den Sack gehen, wenn ich jetzt hier anfange, meine Chips zu knuspern. Das machen wir, glaub ich, jetzt lieber nicht. Und zumal, das Problem ist, kennt ihr das, wenn ihr so Chips anfangt zu essen, ich bin da ein sehr unbeherrschter Mensch. Ich fang da an, und dann zieh ich halt durch. Bis halt zum bitteren Ende. Und das ist meistens nicht so gut. Aber das sind ja auch immer diese... Da sind ja so Stoffe drin, die das ein bisschen süchtig machen danach, ne? Also da muss man auch mal ein bisschen gucken. Dann will man halt auch die ganze Packung futtern. So. Jetzt aber. Jetzt wird richtig reingedamaged. Ach so, vielleicht sollen wir mal ein bisschen mehr dessen Decay. Abhängige... Und du immer, was denkst du denn? Süchtling der ersten Stunde. Nee, aber tatsächlich kaufe ich mir kaum irgendwelche Chips oder irgendwas. Aber da hab ich letztens mal gedacht, na komm, ich könnte mal wieder welche mitnehmen. Ich hab doch schon durch meinen Cola-Konsum genug ungesinnte Sachen konsumiert. Von dem her, naja. Hier ist doch der Dude, der dich dann quasi zu Stein verwandelt. Ich glaub, du musst ihn schnell genug killen, bevor der Shit kommt. Jetzt überlegt, ne? Im Single-Target. Haben wir wieder so einen Pflaumen-Hunter dabei. Und ich sag mit Absicht Pflaumen-Hunter... Oh, nochmal ein Franz-Mock. Wir hatten mal hier damals einen Hunter im Raid, ne? Und der hat sich... Oder jemand anderer hat sich mit dem Hunter halt übelst gebattelt. Nimmst du halt ein bisschen... Was heißt beleidigt? Aber die haben sich halt in die Haare gekriegt, ne? Und dann hat der andere mal so einen übelsten Diss rausgehauen. Und dann hat er ihn als Pflaumen-Hunter bezeichnet. Das war dann so ein bisschen Running-Gag. Das war der härteste Diss, den er drauf hatte. Dachte ich mir auch, okay. Da sind dann richtig die Fetzen geflogen, ich sag's dir. Was Mini-Salamis esse ich on-stream und Chips nicht? Ich will doch nur, dass ihr nicht verknuspert werdet von mir. Also, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass ich das eine nicht vor den Leuten essen will oder so. Das hat lediglich da was zu tun. Die Mini-Salamis kann ich halt einigermaßen... Also, ein bisschen Schmatzen ist dabei, ne? Ganz klar. Aber, ähm... Aber die kann ich halt essen, ohne dass es halt übelst abfuckt. Ja? Bloß, wenn ich jetzt hier anfange, die Chips zu essen, ich denke mal, der eine oder andere ist dann schon ein bisschen abgefuckt davon. Weiß nicht. Ja, das war eine FSK-Null-Beleidigung, das stimmt. Aber, weißt du, das war jetzt nicht mal so als witzig gemeint, sondern das war halt so wirklich die Serious... Also, so ein Serious-Diss war das. Wie man so schön auf Englisch sagt. Also, die haben sich in die Haare... Ich weiß jetzt halt auch nicht mehr, ne? Das ist über zehn Jahre her. Die haben sich halt in die Haare gekriegt. Wegen irgendeinem Scheiß. Und dann haben sich die halt echt blöd angemacht. Und irgendwann kam so dieses Pflaumen-Hunter. Und das war dann so ein Running-Gag irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist dann, glaube ich, der andere ist dann auch aus dem TS raus. Übelst angepisst und so. Und dann kam dann noch dieses Pflaumen-Hunter und dann war er weg. Ja, und da ist er reingestanden und dachte mir, okay, da geht's jetzt richtig zur Sache hier. So, hier bei der Mide müssen wir ja in die Dings rein. Ja, ist schon irgendwie süß. Ja, stimmt. Ich kann doch bestimmt schon lange wieder irgendeine Giersachen anziehen. Die beste sind... Ach ja, gut, hier, das könnte ich an... Oh, fuck. Ich soll vielleicht... Ja, ne? Tut er momentan rumsuchen. Bleibt er weil in der Woidzone stehen. Das... So ist recht. Das sind die Pro-Spieler. Ich sag's euch. Wir laufen jetzt hier mal ganz knapp an das Ding ran. Weil wenn sie irgendwas castet, dann muss ich nämlich in die Zone rein. Ach, okay. Ich hätte mich da gar nicht so nahe hinstellen müssen. Castet. Und das hier, genau da musst du rein. Wenn ich jetzt Anti-Magic mach. Hier hab ich noch mal Schaden geknickt. Easy. Ich bin so gut. So gut, ich sag's euch. Okay, jetzt ziehen wir sie dann doch ein bisschen raus. Ich glaub, sonst wirst du gestunnt, ne? Wenn du... Wenn du dich da nicht reinstellst. Sollen wir töten sie vorher, oder? Nice. Schau mal mal. Hände. Perfekt. Das können wir anziehen. Schuhe auch, oder? Ja, nice. Da tun wir einmal richtig unser Gear upgraden. Okay. Ja, da geht's schon nach oben. Das hier müsst ihr noch, ne? Das müssten wir noch upgraden. Ja, gut. Ich sag mal so, die Innie hier dauert natürlich auch relativ lang. Tatsächlich. Weil du dann jetzt hinten auch noch diesen Story-Event hast mit Magni. Ja. Gibt kürzere Dungeons. Das stimmt schon. Aber jetzt kein Vergleich. Ach, lol. Okay. Hier die... Das sind alles einzelne Sachen, ne? Jetzt muss ich dann wieder die Hände oben dran smoggen. Seht ihr das? Ja, blöd. Aber gut, ich muss ja dann eh Schattenkram noch draufmoggen, ne? Von dem her. Okay. Eigentlich, ja. Also die machen das dann schon nochmal ein bisschen Hardcore-mäßiger. Wollen wir die mal alle? Ich glaub, das darfst du nicht unterschätzen. Ich würde jetzt... Ich würde jetzt behaupten, dass die Method-Leute... Die sind schon krass, ne? Brauchen wir nicht reden. Aber dass die nicht viel krasser sind als viele andere Mythic Raider. Aber was halt krass ist, dass du halt mal 10, 15, 20 Stunden am Stück konzentriert spielst. Das kann nicht jeder tatsächlich. Einen Mythic Encounter zu progressen und runterzuspielen, ist die eine Sache, ne? Aber diese lange Zeit, die Konzentration zu halten, das musst du tatsächlich können. Halt auch auf dem Niveau, wo du die Bosse killst. Und das ist natürlich schon... Ja, schon respektabel. Also ich hab das auch schon gemacht, dass ich, äh... Ein Raid nach dem anderen geballert hab und dann irgendwie 10 Stunden oder so. Aber wenn du, wenn du auf einem höheren Niveau für so eine lange Zeit dich konzentrieren musst und wirklich halt gut konzentriert, das schlaucht. Das schlaucht schon ziemlich. Und ich kenn ja auch Raids, wo die Leute nach einer Stunde eine Pause brauchen und, äh, schon gar nichts mehr läuft nach einer Stunde schon, ne? Also... Ich glaube mal, ich bin eher schon einer von der Sorte, die länger die Konzent... Super, ich hab jetzt nichts mehr ready. Der wird mich jetzt verklopfen hier. Komm, der Buff tötet ihn. Der länger die Konzentration halten kann, als manch anderer. Ich hab wirklich mit Leuten gespielt, die nach einer knappen Stunde, da war halt wirklich Feierabend, ne? Die dann schon nach einer halben Stunde nach einer Pause geschrien haben. Okay, das wird mich jetzt töten hier. Der hat nämlich jetzt auch wieder den Buff gekriegt. Ah, fuck, jetzt sind wir jetzt nicht umgefallen. Also, du merkst bei vielen Leuten im Raid, dass dann nach so einer Weile, so ein, zwei Stunden, auf jeden Fall die Kurve extrem nach unten geht, ne? Es gibt dann manch andere, die können das wesentlich länger. Und ich denk mal, wenn du auf dem Niveau halt am Anfang da reinprogust, du brauchst halt tatsächlich eine volle Gruppe, die wirklich, das kann den ganzen Tag diese Konzentration halten. Und ich denk mal, das ist so ein bisschen das Rezept, ob du quasi einer von den Progress Raids bist, die das durchziehen oder nicht. Weil die meisten normalen Raids, die raiden am Abend drei, vier Stunden, ne? Das ist ja so der Durchschnitt. Ja, also du musst da halt Dings haben. Ich fand schon anstrengend, den zuzuschauen. Einmal, okay, ja. Also wie gesagt, das ist halt, das ist halt die, die Geschichte, das musst du, denk ich mal, abkündigen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die Pause machen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft die da, ne, wie der, wie der Nivea Raid abläuft, aber so wie ich das sehe, sind die da ja den ganzen Tag drin, ne? Gut, das ist dann halt nur ein oder zwei Wochen in einem halben Jahr oder so, die das nur so krass reinhauen, aber, ich weiß nicht, ohne Scheiß, ne? Ich will ja jetzt keinem irgendwas Böses nachsagen, aber ich weiß halt auch nicht, ob sich da nicht manche irgendeine Ritalin oder irgendeinen anderen Scheiß reinziehen. Ich kann mir das, ich weiß es nicht, ne? Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass das manche machen. Dass sie halt einfach die Konzentration halten können. Zum Beispiel bei mir würde das auch nicht so gut gehen. Ich merke das halt. Ich habe ja ab und an Migräne, wenn meistens wetterbedingt oder so oder halt auch, denke ich mal, manchmal ein bisschen stressbedingt, ne? Wenn ich das zum Beispiel zu so einer Progresszeit hätte, wäre halt super optimal. Ich kann dann zwar trotzdem einigermaßen sinnig spielen, aber du bist dann immer beeinträchtigt. Also das merkst du schon. Du bist dann nicht so ganz, so ganz klar, wie du sein könntest und hast dann ein bisschen mehr den Tunnelblick. Wisst du, was ich meine? Die ganze Zeit boosten. Ja klar, das hält dich ja auch dann in den Fokus. Wie gesagt, ich hatte ja auch Zeiten, wo wir wirklich durchgezogen haben, wo ich jetzt auch noch Schüler war, Ferien oder irgendwas waren. Also früher gab es ja noch viel mehr Modis, die du spielen konntest. Da konntest du ja wirklich den ganzen Tag im Raid rum basteln. Da habe ich das damals tatsächlich auch getan. In den jungen Jahren. Und das kann dich echt irgendwann schon ziemlich schlauchen. Wenn du wirklich, wenn du jetzt nicht so Pilly-Pally-Content wie sowas machst, den ganzen Tag leveln, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist easy, das kannst du machen, weil das jetzt nichts High-End-mäßig ist. Aber es gibt halt viele Mythic Encounter, wenn du da einen Fehler machst oder einmal eine kurze Zeit nicht aufpasst, dann ist halt einfach ein Vibe. Und das bei jedem Spieler. Das ist halt meistens bei den Mythic Encountern der Fall. Und wenn du dann natürlich progressst mit wenig Gier, dann musst du halt noch mal mehr aufpassen und dann kommt noch mehr auf das Zeug an. Und das kann dich halt schon irgendwann ziemlich schlauchen. Also das darf man gar nicht so unterschätzen. Was, ob ich Aschara Mythic Curve habe? Ja, habe ich. Warte. Ähm, Eldentaten, Schlachtzüge, hier. Da ist Aschara. Am 25.11. haben wir umgehauen. Ich habe den ja noch mit Gedings, den Curve. Da ist er. Gahun habe ich auch Curve gemacht. Ding habe ich leider nicht Curve. Jaina, weil da hat sich ja der Raid aufgelöst. Wir waren ja bei, na, sag's mir, wir waren ja bei Blockade, also dem Boss vor Jaina. Waren, glaube ich, bei 10% oder so. Also hätten ihn ziemlich sicher in den nächsten Raid-Tagen gelegt. Das war jetzt eigentlich nur noch so ein Mühe und dann wären wir bei Jaina gewesen und da hat sich halt die Gilde aufgelöst. Weil der, weil der eine keinen Bock mehr hatte, hat er einfach die Gilde dispendet. Ne, Tigl auch nicht. Wie gesagt, äh, war, kurz vor Jaina hat sich die Gilde dispendet und dann habe ich mir gesagt, komm, äh, weil ich da keine Raid-Gilde hatte und da habe ich mir auch keine gesucht. In der Zeit habe ich mir die ganzen Twinks hochgelevelt. Ich habe dann erst überlegt, suche ich mir für Jaina noch eine Gilde. Dann habe ich gesagt, ne, komm, scheiß drauf. Dann spiele ich wieder Allianz. Dann habe ich mein Ali wieder ein bisschen hochgedingst und habe meine Twinks gelevelt und habe mir dann erst wieder eine Raid-Gilde zu Ding gesucht. Also Tigl habe ich auch keinen Curve. Aber die meisten haben keinen Curve Tigl, weil viele den Content ignoriert haben. Der war ja nur auch relativ kurz. Also dafür habe ich mir keine Gilde, Gilde gesucht. Also ich habe Gahun und Asshara, äh, müthig, äh, quasi vor der Zeit gelegt. Es ist halt immer viel davon abhängig, ob du eine aktive Raid-Gilde hast und sowas. Und oft, ähm, gehen ja so Gilden auseinander, ne? Leider zumindest. Naja, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt jeden Curve habe oder nicht, ist mir jetzt ehrlich gesagt nicht so wichtig. Da gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind. Unterm Strich kannst du da halt auch nichts von kaufen. Warum bin ich denn jetzt wieder im Combat und die anderen nicht? Naja gut, ich habe drei Relikte gekriegt. Wunderbar. Danke für nichts. Echt? Warum hast du... Aber Tegel... Aber Tegel war doch nur ganz kurz. Das haben doch sehr viele Gilden ausgelassen. Wie kannst du denn die anderen nicht haben, aber Tegel haben? Oder konntest du Tegel den Curve noch kriegen, äh, als der Asshara Raid schon offen war oder war dann der Curve auch schon weg? Weil bei manchen Innis, zum Beispiel bei Hellia, hast du, glaube ich, den Curve noch gekriegt, auch wo Nighthold offen war. Es war ja auch so ein Zwischenraid, ne? So wie der Tegel jetzt auch. Gut, äh, Hellia, Odin Raid waren drei Bosse, ne? Und Ding waren jetzt halt zwei. Da ist es ja manchmal bei den Kleinen, dass du, weil dir so Zwischendinger sind, dass du dann den Curve danach noch kriegen kannst. Aber, wie gesagt, ich habe HC gemacht. Ähm, ganz lustige Story. Den, den HC-Kill, den habe ich mir gekauft tatsächlich. Klingt blöd, ist aber so. Und zwar, äh, ich war da drin mit Randoms, ne? Habe mir das angeguckt, habe gesehen, das ist eine Shitfest. Ich habe ein, zwei Random-Gruppen war ich drin, habe gesehen, okay, das kannst du random, kannst du das einfach vergessen. Da habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt 100 oder 200k Warnes, nehme das schnell in die Hand, kaufe mir den Curve und fertig ist. Dann bin ich noch zweimal danach mit dem Curve, mit Instant, also in Clear-Gruppen rein. Also ich wusste ja, wie der Kampf geht, ne? Aber ich wollte mir diese, diese Random-Gewipe nicht antun, weil du hast da teilweise zwei, drei Stunden rumgewipe für nix mit irgendwelchen Random-Gruppen. Und dann dachte ich mir, komm, fick dich. Ich habe genug Gold, ich kürze es ab und spare mir das. Oh, das war eine gute Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Manchmal, äh, ist es besser, dann sowas zu kaufen, auch wenn man es selber easier spielen können, als es Random irgendwie zu erweipen, weil es lohnt sich vom Zeit-Nutzen-Verhältnis nicht. Also ich, ich weiß nicht, 150, 200k habe ich da gezahlt, wenn ich denke, ich boost ein bisschen Fuel, da habe ich das halt wieder drin, ne? Also, ähm, war halt so schneller. Ja, habe ich dann lieber so gemacht. Weil ich hatte keinen Bock, mir eine, eine fixe Gilde zu suchen. So, wieder mit seinem Gold flexen, ja? Nö, ich bin ja bloß ehrlich. Also, ich sage auch, dass ich mir schon mal irgendwo einen Boost gekauft habe, aber einfach, um es ein bisschen schneller, äh, zu haben und dann nicht mit irgendwelchen Gammlern durchzudingsen. Ich sehe das halt relativ nüchtern, ne? Ich schaue halt, wie lange dauert es, dass ich mir das erweipen mit irgendwelchen Gammlern? Oder ich kaufe mir einen Boost und wie lange brauche ich, um das Gold von dem Boost wieder reinzuholen, ne? Und so werde ich es ja mit dem Nialotha-Mount vielleicht auch machen. Oder ich suche mir jetzt nur eine Gilde. Mal gucken. Aber jetzt mache ich erstmal alle Erfolge und dann kann ich mir immer noch eine Gilde suchen, eventuell. Okay. Die waren ziemlich gut, die Items, die waren sogar, wollen wir den vielleicht mal wegziehen, die waren sogar dann im Ashara-Raid noch ziemlich stark. Einige von diesen Items. Denkst an Smoggen? Ja, ich denke an Smoggen, Leute. Ich bin voll dabei. Du, ich bin jetzt mit dem Main fast wieder am Gold-Cap, ne? Also von dem her, warte, hier ist mein Dings-Main. 9,8 Millionen haben wir hier wieder. Also von dem her, ja. Ich weiß halt schon, wie ich Gold in dem Spiel mache. Gibt genug Wege. Rein und raus, ja, wobei, hier kannst du auch laufen. Der Ladebalken von mir ist immer relativ lang, weil ich so viele Edons drauf habe tatsächlich. Und, ja. Ähm, jetzt bin ich am Belegen, so schlecht war die Gruppe gar nicht. Eigentlich kann ich mit denen wieder queuen. Oder? Also, die Gruppe war eigentlich ganz okay. Ja, sie wollen halt nicht. Ja, dann halt, dann halt nicht. Äh, nee, nee, Streitkolben-Exte. Was wollten wir? Das sieht halt echt dumm aus. Okay, und was machen wir für eine VZ drauf? What the fuck? Was ist denn das für ein Ding? Lernschneide. Seht ihr das? Die komplette Waffe ist lila. Krass. Was haben wir hier? Geisterfrost. Uiuiui. Das sind aber coole VZs. Die kenne ich gar nicht. Was sind das für VZs? Dass die Waffe komplett eine andere Farbe hat. Das ist ja cool. Warte mal, da gibt es doch diese coole PvP-VZ. Da wo so hier so rot ist. Aber gut, das ist eine Dingswaffe. Ach, erste in der Vision. Okay, wusste ich gar nicht. Sollen wir die nehmen? Wobei, eigentlich, das sieht schon cool aus, ne? Oder sowas. Ah, aber gut, ich bin gerade ein bisschen am überlegen, welche wir nehmen sollen. Was meint ihr? Oder das hier, so ein ganz, komm ich mach so ein ganz frostiges Ding. Machen wir das frostige Teil. Ne, wir bleiben bei dem Frostigen. Nein! 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 Fuckin' Vergiss es, vergiss es. Ich hab's euch gesagt, Ausmerzen von Stratholm. Nee, einfach nur nein. Das lohnt sich nicht. Du brauchst eine halbe, dreiviertel Stunde für die Indi, du hast so viel Storigequatsche, kann Ausmerzen von Stratholm sofort rausgehen. Das macht keinen Sinn. Ausmerzen von Stratholm ist, das ist sinnlos, das brauchst du gar nicht machen. Das dauert so lang, bringt nicht mehr EP als andere Instanzen. Du bist da drei, bis vier, fast fünfmal so lang teilweise drin, wie in einer anderen Instanzen und kriegst die gleiche EP. Die, die Indi ist cool, wie gesagt, storytechnisch, super Indi. Äh, Blizzard hat das gut umgesetzt, aber es dauert fünf Jahre und es bringt nicht mehr EP, deswegen lohnt sich das Ding halt nicht. Jetzt habe ich halt eine halbe Stunde Debuff, aber jetzt werden wir halt ein bisschen questen müssen. Hilft halt nix. Aber das, ich habe das Ding aus Testgründen einmal fertig gespielt und es mitgestoppt und es gibt nichts, nichts in ganz WoW, wenn du levelst, was eine größere Zeitverschwendung ist, als diese Indi, glaubt mir. Das Leaven war, war die richtige Entscheidung. Ich habe das alles getestet. Das war, da questest du lieber in der Zeit, dann machst du die doppelte EP als in der Instanz. Das ist tatsächlich so. Obwohl die jetzt schon angefangen war. Ich habe kurz überlegt, ich wünsche dir eine gute Nacht, ne? Ich habe es mir kurz überlegt. Oh, das werden aber viele Käfer. Ah, fuck, okay, ich muss sie töten, die Käfer. Hilft alles nix. Ich renne dann immer wieder ein Käfer rein und ich kann das weitere Blut nicht. Ach so, jetzt haben wir natürlich das 7DK schon liegen. Ah, dieses blöde Blut. Ich muss noch mehr farmen. Ach. Die bringen halt keine EP, diese blöden Viecher. Wenn sie wenigstens eine EP bringen würden, ne? Würde ich ja nix sagen. Naja, jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mehr ganz auf 80 kommen, weil durch Questen sind wir nicht ganz so schnell wie durch Dungeons. Okay, ein paar Sachen brauche ich noch. Ein paar Blut. Vielleicht pulle ich jetzt hier noch ein paar Mobs zusammen. Schauen wir mal, wann sie resetten. Versuche ich mal, alle in die Höhle rein zu pullen. Wahrscheinlich resette die Hälfte. Ah, ein bisschen viele gepullt, ne? Müssen wir mal hier immer Dev-CD schmeißen. Nicht, dass das nur noch hinten rum geht. Jo, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Schauen wir mal. Gut, drei Level sind es noch. Ich kann jetzt nur einige Quests gleich abgeben. Zwei Blut haben wir gekriegt. Das ist jetzt nicht sonderlich gut gelaufen. Also für das, was ich alles an Mobs gepullt habe. Ich brauche halt drei Stück. Komm, bitte droppe auch noch ein Blut hier. Achso, da droppen jetzt noch zwei bei den zwei Mobs. Alles klar. Aber ich wusste, dass ich irgendwann noch hier in das blöde Ding reinkommen werde, ne? Blöde Außenherzen von Stratholm. Asiol Narub würde ich halt ganz gerne reinkommen, ne? Das wäre halt noch eine gute Instanz. Na super, jetzt haben wir den noch geedit. Da geht er down. Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe da oben, ach nee, den habe ich schon gekillt. Perfekt. Also jetzt können wir auf jeden Fall einige Quests abgeben. Müsste doch auch mal wieder ein bisschen was bringen. Ja, komm, die lasse ich lieber liegen, die Pflanze, das lohnt sich nicht. Ich habe doch gesagt, wenn einer will, dass ich ein bestimmtes Mount nehme, dann nehme ich es auch. Ist ja, also mir ist es egal, mit was für einem Mount ich rumfliege, ne? Das bleibt sich für mich tatsächlich relativ gleich. Schauen wir mal, was die Quests alle bringen. 20k, das geht eigentlich ganz gut. Das haben wir uns halt aus den Instanzen ausgesperrt. Okra. Hier ist ein relativ großer Quest-Hub, ne? Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die Horde hier so viele Quests hat. Die Allianz hat, glaube ich, gar nicht so einen Außen-Hub, der quasi ein richtiges Lager ist. Du hast nur zwei solche Greifen-Posten. Okay. Naja, jetzt müssen wir hier nochmal rein. Und dahinter müssen wir sogar auch. Stimmt, dahinter muss man als Allianzler nie. Ah, da müssen wir was holen. Hier müssen wir hin und ins Lager zurück. Klar, und hier müssen wir diese Runensteine besorgen. Jetzt musst du das, glaube ich, als Alli auch machen, ne? Da hast du, glaube ich, hier diese Runen-Dinger. Ich könnte theoretisch mit dem auch rumfliegen und Chorium farmen, äh, Gold und Ding machen, aber, ja, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Was muss ich denn hier machen? So, jetzt schauen wir mal, von wem die droppen. Bringen wir die mal zusammen, die Mobs hier. Das zeigt mal ein paar Mounts zum Fliegen. Warum wirst du eins auswählen? Du kannst einfach irgendeines sagen und ich, ich nehme es von mir aus, wenn du magst. Ich habe relativ viele. Ich bin ein Mountsammler, weißt du? Also, ich fliege zwar mit meinem Druid quasi zu 95% mit der Druid-Fluggestalt rum, einfach weil die halt instant angeht, aber theoretisch habe ich fast jedes Mount im Spiel, ne? Ah, schau mal, da war das erste Ding. Irgendwas muss man damit machen, oder? Ah, die müssen wir an der Schmiede anzünden. Okay, wo ist die Schmiede? Dann ist ja gut. Du, ich habe es oft genug, dass die Leute das nicht wissen. Wie viel fehlen mir eigentlich noch? Mount technisch in Game 3 Stück. Okay. Ich erwähne es sicherheitsweise, weil es gibt dann oft Leute, die es nicht wissen. Oh shit, die Resetten. Jetzt bin ich an dem blöden Fass hängen geblieben, dann fliegst du kurz, ne? Dann resetten die Viecher wieder. AdSend. Komm. Holen wir sie nochmal zusammen hier, den ganzen Pöbel. Kann wir hier LOS'n? Nein, bin ich jetzt wieder hochgeflogen, dass sie resetten? Ne, eigentlich nicht, weil diese nicht resetet. Ach, keine Ahnung. Geil, dann machen wir die jetzt halt down. Also das ist jetzt halt der Horden-Char, der hat ein bisschen weniger und der hat wahrscheinlich jetzt auch das Seepferdchen nicht. Ähm, warte. Ja, seht ihr, das Seepferdchen, das musst du mit jedem Char selber erspielen. Aber, ähm, das sind die drei, die mir noch fehlen, ne? Die Schlange von, von der Vision, ähm, da habe ich schon alle achieved, also ich habe, äh, sowohl den, ähm, fünf Masken Run in OG als auch in SW geschafft, aber, äh, aber was mir da halt noch fehlt, ist halt der Umhang auf 15 und den brauchst du halt blöderweise. Warte, wo haben wir es denn? Das ist bei Erweiterungsfeatures, Vision, seht ihr? Also ich habe die ganzen Achievements hier schon, aber den Umhang, den kannst du halt erst in, äh, in zwei Wochen auf 15 haben und der ist mit dem Achievement drin fürs Mount. Ist halt so dumm, wenn du halt gut genug bist, den, äh, quasi die, äh, die Visions zu schaffen, ohne den 15er Umhang, dann sollst du halt das Mount vorher kriegen, meine Meinung, ne? Und, aber da müssen sie als Voraussetzung noch das Ding reinmachen, also, selbst wenn du, wenn du schnell bist und es vorher hast, bevor du den Umhang oben hast, kriegst du es halt, das Mount nicht, weil du warten musst, bis der Umhang, äh, soweit ist, finde ich halt ein bisschen dumm gemacht. Ja, das fehlt halt noch. Das andere ist das, wo du, äh, 100.000 Abzeichen brauchst. Ähm, da hab ich jetzt auch schon wieder 40k. Genau, ich hab's als Guardian Druid gemacht, mit meinem Main. Ich hab auch, äh, auf meinem YouTube-Kanal zu den ganzen Runs Videos gemacht und Erklärungen und so, also, wenn ihr das, äh, wenn euch das interessiert, könnt ihr die gerne angucken. Müsste, müsste irgendwo, äh, ja, den 5k Masken dann mit dem Guardian Druid. Ähm, ja, da könnt ihr auch gerne mal reingucken, wenn ihr wollt. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ne, und das andere ist hier, ne, für diese Marken, da musst du halt auch warten, bis du, bis du dann genug Vessels hast, um immer wieder reingehen zu können. Ich glaub, ich hab jetzt wieder so 38.000 oder so. Musste erst mal das Titan-Archiv komplett ausgillen. Also, ich hab auch schon, ne, heute das Ding gemacht. Heute, ähm, hier, ähm, 100.000 Marken spielst, aber einige brauchst du halt vom Skillen schon und so. Achso, du hast den Rucksack gekauft. Ne, den Rucksack hab ich nicht geholt. Ähm, ich will mir als erstes das Mount kaufen, spar mir alles fürs Mount quasi zusammen. Ja, und das dritte und letzte ist halt das Mythic Mount, ne, aber da ich jetzt gerade keine aktive Raid-Gilde hab, ähm, ja, muss ich mal gucken, was ich mit dem Ding mach. Schau mal mal. Da werd ich wahrscheinlich mir das dann, wenn dann, wenn dann werd ich mir noch ne Gilde suchen, demnächst, wenn ich das andere Zeug alles fertig hab, oder, ähm, ich kauf mir's. Eins von beiden. Schau mal mal. So, wir haben jetzt zwei von den Fackeln schon eingetütet und wir müssen irgendwo zu der Schmiede hin. Warte mal, das könnte doch die Schmiede sein, oder? Das sieht doch so ein bisschen nach nach aus. Da müssen wir die nämlich benutzen. Ja, ist aber, also ist relativ übersichtlich. Ja, oder ich kann's zu Shadowlands farmen, das wär natürlich die andere Option, ähm, aber das möchte ich eigentlich nicht. Willst du dann, wenn dann schon gleich haben, dann hab ich's weg, weißt du? Das ist immer ätzend, wenn du was nachfarmen musst. Ich geh, ich würd ganz gern mal komplett clear in den Add-On gehen, dass ich alles von davor hab. Das wär halt echt mal cool. Dann hast du nur das aktuelle, alle Zeug. Wie kann man das kaufen? Naja, halt einfach bei, bei einer Gilde den, ähm, ja, den Endbus-Kill holen. Also, das ist ja, ist ja jetzt nicht das Problem an sich. Okay, jetzt haben wir die Fackeln und jetzt? Das ist ja in der Verband. Achso. Westliche Hütte. Oh, da musst du die Sachen verbrennen. also wir brauchen den Stall, müssen wir anzünden, die Kaserne. Schauen wir mal. Okay, das war der Stall. Ich schätze mal, das ist eine von den Hütten. Das war die östliche Hütte, okay. Ich schätze mal, das ist die Kaserne, oder? Vermute ich jetzt mal. Als Allianzler musste ja die Türme anzünden. Hier hast du als Hortler tatsächlich mehr Quests, ne? Ja, wie gesagt, also. Achso, das ist, hä? Ach, das ist die falsche Fackel? Hier, die brauchen wir. Da kann man so die Klingenwerfer anzünden. Achso, und was haben wir hier unten noch? Ah, das Auge von dem einen Boss. Ah, schau mal, den haben wir vorher schon gekillt. Da gehen wir jetzt noch einmal hin. Ah, also Dungeons geht schon deutlich schneller, als hier zu questen. Aber hier, das eine hätte sich nicht gelohnt, ich sag's euch. Ach, wisst ihr, was ich noch machen kann? Diese komischen Arena-Quests, ne? Das hab ich jetzt vollkommen vergessen. Die hätte ich noch machen können. Da müsste ich mal, ich mal noch hin, da kann ich dir mit einem zweiten Account mal kurz, ähm, Postmanvermount, mhm, ich glaube, ich hab's unter 10, also ich glaube, irgendwie um die 10 Tries hab ich gebraucht, also nicht so viel. Ich dachte, das ist einigermaßen normal, aber wenn ich jetzt von ein paar Kollegen gehört hab, wie lange die gebraucht haben, ist das anscheinend nicht normal gewesen. Anscheinend hatte ich tatsächlich relativ Glück. Ich hab das mit einem Twink gemacht, hat's relativ zügig. Warte mal, hä, das war das Falsche? Ist doch der Typ. Jetzt muss er, ach ne, das Auge musst du zurückbringen. Warte mal, wir müssen irgendwas anderes machen. Wir müssen hier so einen komischen Kristall klicken. Ungültiges Ziel. Hier muss ich hin. Keine Ahnung. Schauen wir mal die Quelle, ach, die kann ich nicht lesen, während die Dings, wenn ich im Combat bin. Okay. Hey, grüß dich. Ach, über 300 Briefkästen. Ja, leck mich fett hier. Da hast du richtig Pech gehabt. Das, also das ist echt krass. Hätte jetzt nicht gedacht, dass man so viel haben kann. So, jetzt schauen wir mal. Okay, Auge von Grillrock. Also ich muss anscheinend hier so ein Auge fangen und das zurückbringen. Hier sind keine Augen. Ähm, ja, gut. Äh, wisst, warte mal, ich bin jetzt 77, ne? Ähm, ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich jetzt am besten die Quests hier abgebe ähm, und dann die Arena-Quest mache. Hier muss ich nur ein Teil holen, das kann ich dann noch machen. Hier, das mit dem Auge, keine Ahnung. Da muss ich wahrscheinlich hier irgendwie so eins fangen. Was, am Kessel muss ich ran? Okay, probieren wir das noch. Nee, du musst so ein Auge ins Target nehmen, aber hier ist gerade keins. Oder so eins, das ist es. Warte mal, komme ich da von der anderen Seite ran? Ohne ist jetzt alles Edel? Eine bricht mich ab. Jetzt? Na super. Die Mobs haben mich jetzt halt fünfmal abgebrochen, jetzt ist es despawned. Na, ganz toll. Das hat schon mal gut geklappt. Na, toll. Ja gut, da musst du halt auch alles durchquesten, da hätte ich halt wenig Bock drauf. Ich will mir ja gerade noch die Toys farmen, warte, ich kann dir mal zeigen, was mir da noch fehlt. nicht gesammelt. Achso, ich habe hier Kostüm stehen. Mir fehlt noch die zwei aus SW und da habe ich ja jetzt heute nochmal versucht, die zu kriegen. Jetzt will ich überlegen, ob ich mit dem Twink das noch mache und die Farm. Ich habe heute zwei Runs gemacht, beide mit fünf Masken und habe dann aber noch, bin dann noch fünf Minuten rumgelaufen in dem Run und habe die Dings geholt, ne, habe die Äpfel aufgesammelt und den Typen hier noch extra gemacht. War halt dann am Ende noch relativ knapp. Ich hatte fast die, also ich habe halt relativ Sanity auf diese Toys verschwendet, tatsächlich. Muss man mal ein bisschen gucken, aber es ging eigentlich bei beiden ganz gut aus. Ja, keine Ahnung, da machen wir jetzt nicht länger rum. Ich gebe jetzt die Quests ab und dann machen wir, glaube ich, noch die Arena Sachen. Das würde, glaube ich, mehr Sinn machen, tatsächlich. Also wenn ich da jetzt nur ewig rumbastle, dann fliege ich nämlich mit meinem, warte mal, ich habe ja so einen Mage, hat der das Dalaran Portal? Wie ist denn das mit den, mit den Magiern? Müssen die die Portale jetzt noch? Stad Urgrimadonna für Silvum und Steinhardt, Shatra, Nord und Dalaran, ja doch, das hat er. Das würde ich mal so nochmal so einen Trank reinhauen. So, Dalaran. Aber das mache ich jetzt noch kurz. Was bringt das an EP, wenn wir da hingehen? Wahrscheinlich nicht viel. Haben wir noch so den kurzen Flug. Dann hole ich mir in OG fix das schnelle Fliegen, dass wir hier nicht so rumgerucken müssen. Weil ich glaube, mit 70 kann es ja das Schnellere tatsächlich schon holen. Ja, genau. Weil ich habe mir halt erst gedacht, okay, nehme ich jetzt meine ganzen Twings und farm das, aber ich musste ja eh noch x-mal rein, wisst ihr, in Divisions, ähm, um mir die Marken zu farmen und wahrscheinlich kriege ich bis dahin, wenn es gut läuft, ähm, kriege ich halt bis dahin, wenn es gut läuft, die ganzen Toys nebenbei. Hoffe ich zumindest, dass es so laufen wird. Aber mal schauen. So, warte, mit dem muss ich jetzt nach Shatra, hier rüber, mit meinem Mage. So, jetzt geben wir das noch fix ab. Dann porten wir uns einmal raus und gehen dann zu der Arena Quest und schauen mal, weil die bringt, glaube ich, auch nochmal relativ viel, ich glaube, ein Dreiviertel-Level oder so, die Arena Quests. Und wenn du dann beide machst, so Norden und ein Ding, dann müsstest du über ein Level haben, eineinhalb vielleicht, wenn es gut läuft, gut, mit dem hier kriegt man ein bisschen weniger, mit dem Hortler, mit dem War Mode, ne, aber, ja. Genau, ja. Ja, also in zwei Wochen habe ich dann wieder einiges mehr an Sachen. Dann müsste ich das Mount haben, dann müsste ich auch das komplette PvP-Transmog haben, ne, weil dann genug Wochen durch sind, dass mal alle Items da waren und noch ein paar andere Sachen. Vieles ist halt so ein bisschen gegatet, was ich ein bisschen nervig finde. Ich stehe nicht so auf gegatete Sachen, aber was wirst du machen, ne? Kommst du halt nicht aus. Mit Tralmar kriegst du einen Haufen Ruf hier. So, hier können wir auch noch was abgeben. So, jetzt porten wir uns mal einmal weg. Ach, echt? Geht das? Aber ich muss, achso, stimmt, ja. Bei dem Stall. Ah, richtig, ja, da war ja was. Aber ich muss mich eh weg porten, dass ich, dann kann ich nämlich nach Shatra, das ist nämlich näher tatsächlich. Wo kann ich mir das Fliegen kaufen? Stall meinst du hier, ne? Das sieht da nach dem Stall aus. Er hier, oder? Fluglehrer. Ah. Aber ich muss eh da rüber. Gut. Schauen wir mal einmal nach Shatra noch rüber und dann gucken wir mal. Ah, jetzt haben wir eh gleich wieder 12 hier. Aber das wollte ich jetzt hier noch mitnehmen. Also, wo haben wir denn den Port? Hier rüber müssen wir. Mein Twink habe ich schon richtig abgestellt. Ja, das kann man, das kann man hier mal ganz gut mitnehmen. schon mal hier hatte ich auch noch eine Quest hin. Also einmal hier die Arena in Nagrand und einmal gibt es dann noch in Zuldrak auch eine Arena und die sind beide schon ganz nice. Ne, ne, ne. Das, das peile ich dann an, sobald ich die anderen Sachen weg habe. Also ich soll mal einen Twink nach innen schon bevor ich die Quest mache. Warum das? Da ist wieder irgend so ein Vollspacken. Okay. Okay. Voll spacken, weißt du? Jetzt bin ich extra mit meinem mit meinem Mage da hingekommen. So. Gerade so ein anderer Dude, der meint, der muss hier Stress machen. Ach so, zählt das sonst nicht? Wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht? Ja gut, im Endeffekt ist es ja wurscht, ob der hochlevelige Char das abkriegt. Weißt du, was ich meine? Wüsste ich jetzt nicht irgendwie starten hier? Ah, ist das jetzt mein Mob, den ich brauche, oder? Ja, okay. Okay, Quest fertig. Ich hatte jetzt hier gerade noch so einen blöden Dude, der mich abfacken wollte. Den habe ich jetzt, musste ich jetzt gerade noch ausweichen. Ach, musst du gar nicht mehr hier, musst du gar nicht mehr anklicken, dass es losstart ist, oder? Einfach nur Quests annehmen. Ah ja, okay, anscheinend passt das. Ich hau jetzt lieber mit dem noch einmal drauf, so, um sicher zu gehen. Okay, ich glaube, das zählt auch so, ne? Weil die Quests bringen hier relativ viel, 30.000. Schauen wir mal Level ab. Hätte ich mit dem anderen, glaube ich, schon gemacht. Das ist immer so ein ganz guter Tipp, dass man das noch mitnimmt. Bisschen nervig ist, dass es immer teilweise relativ lang dauert, bis dann der Mob spawnt. Aber sonst, ja. Ja, ich kann mit dem hier eigentlich instant stehen bleiben. Einfach immer die nächste annehmen. Das gleiche gibt es halt in Nordländern auch nochmal. Deswegen bin ich mit dem Magier gekommen, dann kann ich nämlich ein Portal aufstellen. Jetzt muss ich gleich gucken, dass ich das Portal aufstelle und nicht den eigenen Port drücke, ne? Sonst bin ich weg und dann steht der Twink hier noch rum. So, dolla. Ja, geht da schon ganz gut nach oben mit der EP. Zumindest sind wir jetzt 78 schon. Ich denke mal, auf 79, wenn ich das Nordländer Ding auch noch mache, müssten wir eigentlich kommen. Okay, einen haben wir wahrscheinlich noch. Genau, am Ende gibt es dann die Waffen. Das ist doch der, der sich wieder retzt, oder? Schauen, hier gibt es die Waffe. Sieht eigentlich auch ganz cool aus für so eine Questbelohnung. Moment, Char sieht er, der ist 120, hat aber 78k live, das ist wirklich richtig wenig. Da war vorhin so ein DH, der mich umhauen wollte. Bin ich dann weggelaufen, hab Eisblock gedrückt und bin ihn dann im Kommen quasi ein paar Mal weggeblinkt. Keine Ahnung. Dann ist er mir nachgeflogen, wollte mich noch killen. Ich hätte ja einen Soulstone, glaube ich, drauf oder irgendwie sowas. Na, seht ihr, der nimmt dann. So, perfekt. Jetzt sind wir durch. Gut, jetzt muss ich schauen, dass ich das Richtige drücke. Welches brauchen wir? Ich glaube, es gibt einmal Teleport und Portal. Er schafft ein Portal. Es ist Gruppenmitglieder, genau. Das brauchen wir. Portal, Nordend Dalaran. Das müssen wir drücken. Gehe ich als erstes mit dem durch, falls ich nämlich dann falsch bin. Ja, Nordend. Okay, das passt. Jetzt müssen wir nämlich einmal rüberfliegen, dann machen wir die andere Arena noch und dann sind wir soweit durch für die Episode. So, jetzt muss ich noch bloß mit beiden rüber. Aber seht ihr, das ist etwa ein Dreiviertel-Level habe ich gemacht. Ich hatte vom Alten ein Viertel und jetzt etwa noch mal fast die Hälfte. Ah, also annähernd. Es kommt halt darauf an, wie viel hier, ne, vom Warmo, da kriegen wir gerade 10% nur. Bei der Ali kriegst du oft 25, 30%. Da sind es dann noch mal ein Ticken mehr. Das merkst du dann tatsächlich schon. Wäre dann auch gleich der Buff wieder weg. So, wo war denn die Arena? Irgendwo hier war die, ne? Unterhalb von dem Flugpunkt. Wo war das da? Könnte auch da die Arena gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Irgendwo hier, irgendwo in der Mitte war sie auf jeden Fall. Ja, mal gucken. So misst du deinen anderen Char nicht mit. Bleibt sich gleich. Schau, der fliegt hier. Ich mache mit beiden Autoflug. Ich hätte jetzt auch aufmounten können, aber bleibt sich eigentlich echt gleich. Was hat der? 420 Flugtempo und der hat 400. Ja. Hast du alle Erbstücke? Ja, habe ich. Also ich habe beide Ringe, Hose, Kopf, Schultern. Also ich habe alles an, was man anhaben kann. Ich hätte auch die PvP-App-Stücke, ne? Mit 2x50% mehr. Aber das geht ja nur im BG und im Low-Level geht halt leider das BG so gut wie nicht auf. Deswegen lohnt sich das tatsächlich nicht. So, dolla. Irgendwo da hinten war das Ding auf jeden Fall. Das hier könnte es sein, ne? So schauen, dass wir mit dem da auch etwa hinkommen. Ja, fliegen einigermaßen parallel. Passt. Oh, die Erbstücke habe ich mir alle mal geholt. Die lohnen sich tatsächlich schon. Es gibt da teilweise so richtig lustige Leute oder eher blöde Leute, die wollen dann von mir einen Freehold-Boost kaufen, haben aber keine Erbstücke. Dann sage ich zu denen, Junge, kauf dir doch Erbstücke, bevor du dir einen fucking Freehold-Boost kaufst. Nö, sie leveln halt von Stufe 20 oder von Stufe 1 ohne Erbstücke hoch, um sich dann für die letzten 10 Level für 200.000 Gold einen fucking Freehold-Boost zu kaufen. Also, diese Idiotie, die verstehe ich halt nicht. Klar, ich verdiene damit was, aber ich sage, ich mache das nicht. Ich sage den Leuten, kauf dir die scheiß Erbstücke. Das macht viel mehr Sinn, als bei mir jetzt Gold auszugeben für ein Ding. Aber es gibt so Leute, also, da komme ich echt nicht drauf klar, wie man sowas machen kann. Weil 50% oder 55% mehr zu haben für das komplette Level-Ding ist halt dreimal so viel wert, als für 10 Level gezogen zu werden. Und so viel kosten die halt auch nicht mehr. Also, ich denke mal, mit so 20.000, 30.000 kannst du dir halt für eine Klasse mittlerweile das komplette Ding hochziehen. Also, die, die die EP bringen. Alle Erbstücke natürlich nicht, aber einfach nur die paar, die du für die EP brauchst. Aber es gibt so komische Leute. Aber das muss ich nicht verstehen. Naja, ich denke mal, das eine Level werden wir noch schaffen. Dann sind wir 79. Das ist ja schon mal... Auf 80 wollte ich eigentlich kommen, aber gut, da hat uns jetzt Stratholm einen Strich durch die Rechnung gemacht, tatsächlich. Ja, genau, das meine ich ja. Du kaufst einfach nur Stoffzeug, fertig. Mehr brauchst du eigentlich nicht. Ist ja beim Leveln vollkommen egal, was du da anhast. Hauptsache, die die Prozente mitnehmen. Das macht so viel aus. Und die haben das ja mal übelst abgesenkt, ne? Also, es kostet ja lang nicht mehr so viel, wie es am Anfang gekostet. Ich glaube, sogar zweimal haben sie das gesenkt. Das kostet nur noch ein paar K, jedes Item zum Upgraden. Das war mal echt richtig teuer, das weiß ich noch. Da hattest du ein paar Hundert K für... Also gut, ich habe mir ja eh jedes Teil, das es gibt, abgegradet, weil ich halt so ein Sammler bin, aber das ist natürlich Schwachsinn, ne? Also, das brauchst du natürlich nicht. Also, das Leveln geht natürlich schon echt zackig. Da kann man nichts sagen. Schauen wir mal, ich glaube, zwei oder drei sind es dann noch. Oh nein, jetzt muss hier so ein anderer Dude kommen. Ne, die zählen nur bis zu dem Level, dass du quasi... Also die 10 quasi nur bis zu dem Level, wo du sie aufgewertet hast. Wenn sie bis 60 aufgewertet hast, bis 60 und drüber hinaus nicht. Und dann halt, wenn du sie bis, ich weiß gar nicht wie, bis 85 oder wie die dann gehen, nur halt immer nur bis zu dem Level. Die werden sofort gevotet. Ja, gut. Also optimal ist es nicht, ne? In der Gruppe, wenn du halt dann als Worry irgendwelche Stoff-In-Sachen anhast, brauchen wir nicht drüber reden. Aber für dich selber, für die EP, ist es tatsächlich so sinniger, weil das macht halt so viel aus, ne? Dass du so jemanden nicht gerne in der Gruppe hast, brauchen wir nicht drüber reden, ne? So, 79 sind wir. Perfekt. Ja gut, also beim Tank macht es tatsächlich gar keinen Sinn. Also das kannst du dann auch nicht in der Indie spielen. Da solltest du vielleicht schon das Zeug haben. Aber zum Beispiel, wenn du durch Freehold durchgeboostet wirst, ist es Latte, was du anhast. Hauptsache mehr Prozente, ne? Gut, okay. Damit wären wir durch. Jetzt sind wir Stufe 79. Und joa, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Euer Tela. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.